Herr Zeuge, bevor ich auf den neuen Komplex meiner Fragen eingehe, habe ich nur eine Frage aus den gestrigen Vernehmungen zur Klarstellung. Es ist anlässlich eines Dokuments von einer SS-Reiterbrigade gesprochen worden. Und ich fürchte und habe das aus einigen Äußerungen entnommen, dass diese Reiterbrigade verwechselt wird mit den Reiterstürmen der allgemeinen SS. Ich verweise das hohe Gericht auf die Aussage des Zeugen von Wojkowski-Bidau vor der Kommission und bitte nur diesen Zeugen zu sagen, in welcher Weise unterscheiden sich die Reiterstürme der allgemeinen SS von der Formation, die ich Ihnen eben genannt habe. Die Reiterstürme der allgemeinen SS waren Sondereinheiten der allgemeinen SS, ebenso wie zum Beispiel die Motorstürme der allgemeinen SS. Sie hatten mit den späteren Kavallerieeinheiten der Waffen-SS überhaupt nichts zu tun. Auch sind diese Kavallerieeinheiten der Waffen-SS nicht auf diesen Reiterstürmen aufgebaut worden. Hier in diesem Gerichtssaal ist ein grauenerregender Film über die Gräuel in den KZs abgelaufen. Die Anklage behauptet hierzu, dass diese Zustände die Folge einer konsequenten Politik der SS gewesen seien. Können Sie zu dieser Behauptung als hoher Richter Stellung nehmen? Hat das Gerichtswesen der SS von diesen Vorgängen Kenntnis bekommen? Und wenn ja, hat es dazu geschwiegen? Von einer konsequenten Politik der SS im Hinblick auf die in diesem Film gezeigten Zustände kann keine Rede sein. Es sind in den Konzentrationslagern furchtbare Gräueltaten begangen worden. Der Film aber zeigt die Auswirkung des totalen Zusammenbruchs des Deutschen Reiches auf die Konzentrationslager, stellt also nicht deren Normalzustand dar. Dieser war ganz anders. Ich kann mir darüber ein Urteil zumessen, weil das Gerichtswesen der SS und Polizei mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln... Jawohl, Herr Präsident, er ist gerade dabei, das zu erläutern. Ich kann mir hierüber deshalb ein Urteil erlauben, weil das Gerichtswesen der SS und Polizei mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln und teilweise unter Überschreitung der eigenen Zuständigkeit gegen diese Gräuel gerichtlich eingeschritten ist. Wir haben in den Konzentrationslagern Untersuchungskommissionen gehabt, die mir wiederholt über die Zustände in diesen Lagern Bericht erstatteten. Wenn das Gerichtswesen der SS und Polizei in der Lage gewesen ist, gegen solche Zustände einzuschreiten, so nur deshalb, weil es sich hier eben nicht um eine konsequente Politik der SS handelt, sondern um verbrecherische Taten einzelner Personen und kleiner Gruppen und einzelner höchstgestellter Vorgesetzter, nicht aber um die Taten der SS als Organisation, um gegen diese Verbrechen anzukämpfen und um die SS von diesen verbrecherischen Elementen zu reinigen, ist das Gerichtswesen tätig geworden. Ich zitiere aus dem bereits von der Anklagebehörde überreichten Dokument der Anklage E 168. Es handelt sich um einen Brief des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamts, Amtsgruppe Konzentrationslager, Aktenzeichen D so und so. Ich zitiere, es handelt sich um eine Anweisung an die ersten Lagerärzte der Konzentrationslager. Was ist das Dokument? Was ist das Dokument? Es handelt sich um ein von der Anklagebehörde bereits überreichtes Dokument E 168, das sich auch findet in dem amtlichen Dokumentenbuch Konzentrationslager. Ich kann nicht hören, was die Referenz ist. Ist es D Don 168 oder G E wie Emil 168? Ich bin leider im Moment nicht in der Lage, Herr Präsident. Bitte um Entschuldigung. Darin heißt es unter anderem, mit einer derartig hohen Todesziffer kann niemals die Zahl der Häftlinge auf die Höhe gebracht werden, wie es der Reichsführer SS befohlen hat. Die ersten Lagerärzte haben sich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln dafür einzusetzen, dass die Sterblichkeitsziffer in den einzelnen Lagern wesentlich herabgehen. Nicht derjenige ist der beste Arzt in einem Konzentrationslager, der glaubt, dass er durch unangebrachte Härte auffallen muss, sondern derjenige, der die Arbeitsfähigkeit durch Überwachung und Austausch an den einzelnen Arbeitsstellen möglichst hoch hält. Die Lagerärzte müssen öfter als bisher das Essen der Gefahr ... ... Verbesserungsvorschläge ... Diese dürfen natürlich nicht nur auf dem Papier erscheinen, sondern müssen regelmäßig durch die Lagerärzte überprüft werden. Außerdem sollen die Lagerärzte dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen an den verschiedenen Arbeitsplätzen so sehr als möglich verbessert werden. Deshalb ist es notwendig, dass die Ärzte die Arbeitsplätze gründlich besichtigen und sich von den Arbeitsbedingungen überzeugen. Der Reichsführer SS hat befohlen, dass die Sterblichkeit unbedingt geringer werden muss. Dr. Felkmann, ... 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 Wissen Sie etwas davon, Herr Zeuge, ob solche Anordnungen in den Konzentrationslagern auch tatsächlich durchgeführt worden sind? Die Untersuchungskommissionen des Hauptamts SS-Gericht haben mir wiederholt in persönlichem Vortrag bestätigt, dass solche Anordnungen in den Lagern auch in die Tat umgesetzt wurden. Sie haben mir berichtet, dass die Unterbringung, die hygienischen Verhältnisse, die ärztliche Versorgung, die Verpflegung und auch die Behandlung der Häftlinge zum großen Teil gut war, ebenso das körperliche Aussehen der Häftlinge. Sie haben ebenfalls bestätigt, dass die strengen Verbote gegen Misshandlungen von Häftlingen wiederholt in den Lagern bekannt gemacht wurden und auch eingehalten wurden. Das Bild der Konzentrationslager im Normalzustand ist daher ein ganz anderes. Von außen her fällt auch die Sauberkeit, die reibungslose Abwicklung des Arbeitsprogrammes. Wenn in den Konzentrationslagern Verbrechen begangen worden sind, so geschahen diese so, dass sie der Umwelt verborgen blieben und auch selbst von den Lagerinsassen, soweit sie daran nicht beteiligt waren, nicht wahrgenommen werden konnten. Are you saying that you personally received this letter? Ich habe von diesen Untersuchungskommissionen Berichte bekommen, die mir persönlich vorgelegt worden sind. Aus diesen Berichten war das zu entnehmen, was ich gerade gesagt habe. Nein, das ist mir nicht bekannt gewesen. Ich muss hier zur Ergänzung meiner Aussage anführen, eine Antwort, die in einer späteren Frage kommen sollte, dass das Hauptamt SS-Gericht erst seit der zweiten Hälfte des Jahres 1943 mit diesen Untersuchungskommissionen zur Aufdeckung von Verbrechen in den Konzentrationslagern tätig geworden ist. Ich verweise in diesem Zusammenhang, um die Kenntnis des Hohen Gerichts zu ergänzen, auf mein Effidept SS 65 bis 67, das im vollen Wortlaut meinem Antrag gemäß übersetzt worden ist. Es handelt, es ist ausgestellt von einem Richter, der die Untersuchungen geführt hat und viel weitergehende Einzelheiten berichtet. In welchem Umfang hat die SS-Gerichtsbarkeit die Rechtsprechung über das KZ-Wesen ausgeübt? Der Zuständigkeit des SS-Gerichtswesens waren entzogen die Häftlinge der Konzentrationslager selbst. Für diese war ausschließlich die allgemeine deutsche Justiz zuständig. In gewissem Umfang oblag die Rechtsprechung der SS-Gerichtsbarkeit auch bezüglich der in den Konzentrationslager befindlichen politischen Abteilungen, mit der Maßgabe, dass die Untersuchungsführung des Reichssicherheitshauptamtes hier den Vortritt hatte. Die Wachmannschaften und die Kommandanturangehörigen der Konzentrationslager unterlagen der Rechtsprechung des Gerichtswesens in vollem militärgerichtlich bestimmtem Umfang. Sie sagten schon, Herr Zeuge, dass die Verfolgung von KZ-Verbrechen durch ihre Gerichtsbarkeit 1943 einsetzt. Wann 1943? In der zweiten Hälfte des Jahres 1943 kam das Gerichtswesen anlässlich eines Korruptionsfalles gegen den seinerzeitigen Lagerkommandanten Koch auf Spuren von Verbrechen, die in andere Lager führten. Von diesem Zeitpunkt an wird das Gerichtswesen tätig. Wie kommt es, dass das Gerichtswesen erst zu spät tätig geworden ist? In den Konzentrationslagern befanden sich sogenannte Gerichtsoffiziere als Überwachungsorgane. Diese Gerichtsoffiziere, die Instrumente des jeweiligen Gerichtsherrn waren, hatten die Aufgabe, bei irgendwelchen vorgekommenen Verbrechen sogenannte Tatberichte anzufertigen und diese Tatberichte den Gerichten zwecks Verfolgung der strafbaren Handlungen zu übergeben. Eine Zwischenfrage, Herr Zeuge. Dr. Polkmann, das war nicht eine Antwort auf Ihre Frage. Ihre Frage war, wie war es, dass es so late als die zweite Hälfte des 1943 war, dass diese Untersuchungskommissionen aktiv wurden? Er hat uns keine Antwort auf diese Frage. Eure Lordschaft, der Zeuge ist noch nicht zu Ende. Ich habe nur eine Zwischenfrage. Es wird sofort aus der weiteren Antwort des Zeugen klar werden. Ich habe nur eine Zwischenfrage, Herr Zeuge. Dieser Gerichtsoffizier unterstand er Ihnen, dem Hauptamt SS-Gericht oder der sogenannten SS-Gerichtsbarkeit oder wem unterstand er? Nennen Sie Namen. Der Gerichtsoffizier unterstand nicht der Organisation des Gerichtswesens, sondern war ein Funktionär des Gerichtsherrn, in dessen Hand die Untersuchungsführung sich befand. Also bei den KZs? Bei den Konzentrationslagern in der Hand des gestern schon genannten Oswald Pohl. Und nun fahren Sie bitte fort mit der Beantwortung der Frage, wie kam es, dass das Gerichtswesen so spät von diesen Gräueltaten Kenntnis erhielt. Es kam daher, dass das Gerichtswesen früher keinen Verdacht geschöpft hatte. Und dies begründete sich wieder darin, dass diese Gerichtsoffiziere während der Jahre bis 1943 fortlaufend solche Tatberichte bei den Gerichten eingereicht hatten. Diese Tatberichte waren sehr exakt ausgearbeitet. Es befanden sich bei unnatürlichen Todesfällen von Häftlingen. Darin Lichtbilder des Tatortes, des Toten, ärztliche Untersuchungsergebnisse, Zeugenaussagen von Häftlingen und Wachmannschaften. Diese Arbeit war so exakt, dass nicht der Verdacht entstehen konnte, dass hier auch hinter dem Ricken der Gerichtsoffiziere Verbrechen begangen sein könnten. Diese eingereichten Tatberichte führten in jedem Falle zur gerichtlichen Aburteilung des Täters. Solche Aburteilungen sind die ganzen Jahre hindurch vorgenommen worden. Konnten die Tatberichte nicht gefälscht sein und konnten dadurch die tatsächlichen Verhältnisse verschleiert werden? Das trifft teilweise zu. Ich habe gerade schon gesagt, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahres 1943 im Lager Buchenwald mit den Untersuchungen begannen. Wir hatten im Jahre 1941 in Buchenwald schon eine solche Untersuchung laufen, die aber ergebnislos verlief. In der späteren Untersuchung 1943 stellte sich tatsächlich heraus, dass im Jahre 1941 von dem Kommandantenkoch mit gefälschten Tatberichten, gestellten Zeugen, falschen ärztlichen Gutachten und so weiter gearbeitet worden war, wodurch die untersuchenden Richter getäuscht wurden. Wir haben nun Überprüfungen auch in anderen Lagern vorgenommen und dabei festgestellt, dass in anderen Lagern diese Tatberichte in Ordnung waren. Nun schildern Sie bitte kurz das weitere Vordringen der SS-Gerichtsbarkeit gegen die KZ-Verbrechen. Die Spuren vom Lager Buchenwald waren sehr vielfältig und führten in viele Lager. Der Komplex wuchs von Monat zu Monat. Es stellte sich heraus, dass die Untersuchungsorgane des Gerichtswesens völlig ungeeignet waren, um eine solche rein kriminalistische Untersuchung vorzunehmen, weil dem Gerichtswesen aufgrund seiner Eigenart als militärisches Gerichtswesen der Unterbau, nämlich eine eigene Strafverfolgungsbehörde fehlt. Es wurden deshalb Richter in Kurzkursen kriminalistisch geschult und gleichzeitig im Zusammenwirken mit dem Reichssicherheitshauptamt Fachkräfte aus dem Reichskriminalpolizeiamt zur Untersuchung dieser Verbrechen abgestellt. Solche Kommissionen wurden in vielen Lagern eingesetzt und arbeiteten ununterbrochen bis zum Zusammenbruch. Das Hauptamt SS-Gericht selbst schuf ein eigenes Gericht zur besonderen Verwendung, das fast ausschließlich die Aufgabe hatte, diese Verbrechen in den Konzentrationslagern gerichtlich abzuurteilen. Im Hauptamt SS-Gericht als der zentralen Führungsstelle des Gerichtswesens ist eine eigene Hauptabteilung eingerichtet worden, von der aus zentral die Untersuchungsführung in den Konzentrationslagen gesteuert wurde und die die Aufgaben der fehlenden Generalstaatsanwaltschaft übernehmen sollte. Was war nun, kurz zusammengefasst, das Ergebnis dieser Verbrechensbekämpfung in den KZs durch die SS-Gerichtsbarkeit? Es wurden insgesamt ungefähr 800 Fälle untersucht. Von diesen 800 Fällen wurden 400 bei den Gerichten anhängig. Von diesen 400 Fällen sind 200 durch gerichtliches Urteil zum Abschluss gekommen. Unter den untersuchten Fällen befanden sich Verfahren gegen fünf Konzentrationslagerkommandanten. Das Verfahren gegen zwei Kommandanten konnte zum Abschluss gebracht werden und endete mit Tod durch Erschießen. Sind Ihren Kommissionen bei diesen Untersuchungen Schwierigkeiten gemacht worden? Diesen Kommissionen sind die erheblichsten Schwierigkeiten gemacht worden. Diese Schwierigkeiten hatten ihren Ausgangspunkt bei Pol, der mit allen Machtmitteln versuchte, das weitere Vordringen der Untersuchungskommissionen in die eigentliche Materie des Verbrechenskomplexes zu verhindern. Dadurch wurde das Gerichtswesen gezwungen, nachdem es nun nur schrittweise vorwärts kam und sich aus dem Geheimhaltungskomplex ein Stück nach dem anderen herausbrechen musste, mit Häftlingen zusammenzuarbeiten. Es sind fast in allen Lagern, wo sich solche Untersuchungskommissionen befanden, unter den Häftlingen Vertrauensleute angeworben worden, die den untersuchenden Richtern Material brachten. Es war aber auch sehr schwer, diese Häftlinge zu einer Mitarbeit zu bewegen, weil sie bei einer Aufdeckung ihrer Tätigkeit mit ihrer Vernichtung befürchteten. Konnten sie denn nicht diese Widerstände durch Meldungen zum Beispiel bei Himmler kurzerhand brechen? Pol war, soviel ich weiß, Himmler direkt unterstellt, sodass Himmler ihm doch entsprechende Befehle hätte erteilen können. Pol, so plump ist dieser Pol nicht vorgegangen. Er hat nach außen hin so getan, als ob er die Untersuchungsarbeit des Hauptamts SS-Gerichts mit allen Kräften unterstützen würde und sie begrüßen würde. So hat er es auch Himmler wiederholt dargestellt, nachdem wir Himmler auf die zweifelhafte Rolle Pols hingewiesen haben. In Wirklichkeit torpedierte Pol mit allen Mitteln seiner ungeheuren Machtposition diese Untersuchungen und arbeitete mit den Häftlingen und den verbrecherischen Kommandanten Hand in Hand, wie wir an Einzeltatbeständen nachgewiesen haben. Er hat, um ein markantes Beispiel voranzustellen, im Jahre 1941, als unsere erste Untersuchung im Konzentrationslager Buchenwald gescheitert war, wie ich gerade erzählt habe, dem Lagerkommandanten Koch einen Brief geschrieben, den ich selbst gelesen habe, mit folgendem Inhalt. Ich werde mich mit der ganzen Machtfülle meiner Position vor Sie stellen, wenn wieder einmal ein arbeitsloser Jurist seine gierigen Henkershände nach ihrem unschuldigen weißen Leib ausstrecken sollte. In dieser Richtung hat Pol fortlaufend gearbeitet, da er nicht nur in der Tötungsmaschinerie der Konzentrationslager verfangen war, sondern im Gleichmaß damit zum korruptesten Mann des Reiches überhaupt geworden war, wofür wir gegen Ende des Krieges die Nachweise erbracht hatten durch die verschiedensten Verfahren, die wir gegen von ihm geleitete Organisationen auf privatwirtschaftlicher Grundlage angestrengt hatten. Er hat als Haupt dieser verbrecherischen Klicke es fertiggebracht zu versuchen, das System der Vertrauensleute der Häftlinge zu erschüttern, von dem er wusste, dass es seiner eigenen Person gefährlich werden könnte. Er hat einen unserer Vertrauenshäftlingen im Lager Sachsenhausen einen gewissen Rote einsperren lassen und wollte ihn über einen Befehl des Reichssicherheitshauptamtes, Reichskriminalpolizeiamt, den er unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu erwirken versuchte, vor dem angetretenen Block der Häftlinge öffentlich erhängen lassen, um damit ein abschreckendes Beispiel zu geben und die Untersuchungsarbeit des Gerichtswesens unmöglich zu machen. Ein Untersuchungs... Viel langsamer, Herr Zeuge, bitte langsamer. Es sind wichtige Ausführungen und die Übersetzung ist nicht einfach. Ein Untersuchungsführer von uns bemerkte das rechtzeitig und konnte dies im letzten Augenblick verhindern. So arbeitete dieser Verbrecher Pol. Die wichtigste Stütze in seinem Kampf gegen das Gerichtswesen war aber der Führerbefehl Nummer 1 über die Geheimhaltung, der in allen Dienststellen der SS und Polizei plakatiert war. Nach diesem Befehl durfte von geheimhaltungsbedürftigen Dingen nur der erfahren, der unmittelbar beteiligt war. Und der auch nur so viel als er unbedingt wissen musste. Und dies auch nur für die Zeit in der die Tätigkeit erfolgte. In den Konzentrationslagern war alles geheim. Nur mit besonderen Ausweisen und Vollmachten konnte man sie betreten. Die Arbeit der Häftlinge war geheim. Angeblich für V-Waffen. Das sonstige Leben der Häftlinge war geheim. Angeblich aus Spionageabwehrgründen. Der Schriftwechsel lief unter geheime Reichssache und war deshalb überhaupt nicht einzusehen. hinter dieser dichten Geheimhaltungs Sphäre konnte sich Pohl jahrelang geschickt zurückziehen und er gab dem vordringenden Gerichtswesen stets nur dann ein kleines Stück nach dem anderen Preis wenn er aufgrund von Einzeltatbeständen systematisch in die Enge getrieben war. Glauben Sie nun Herr Zeuge dass Sie mit diesen von Ihnen eben geschilderten Ergebnissen an den tatsächlich vorhandenen Verbrechensumfang herangekommen sind wie wir Ihnen hier durch die Hauptverhandlung erfahren haben So wie ich Ihnen heute weiß nein das hat seinen Grund darin dass das Gerichtswesen der SS und Polizei alle diese Verbrechen als Einzelverbrechen bekämpfte und das System der Verbrecherischkeit wie es heute erkennbar ist lange Jahre nicht durchschauen konnte als es dem Gerichtswesen gegen Ende des Jahres 1944 gelungen war aufgrund solcher Einzeltatbestände den Verbrecher Pol und auch Gravitz und den manche verbrechen abdeckenden Müller aus der Gestapo in die Enge zu treiben da beriefen sie sich das erste Mal auf Befehle von oben diese nun ansetzenden Ermittlungen des Gerichtswesens sind im Zusammenbruch der deutschen Kriegsbüro mit untergegangen sind sie dann Ende 1944 auch herangekommen an den eigentlichen Verbrechenskomplex nämlich Massenvernichtungen es war Ende 1944 klar dass Befehle von oben vorhanden sein mussten dass es sich aber um Massenvernichtungen mit einem ungeheuren Umfang handeln würde war auch damals nicht erkennbar wer war nach den Ergebnissen der Untersuchungen die sie eben geschildert haben verantwortlich für die bekannt gewordenen Verbrechen an höchsten Vorgesetzten Pol neben ihm der ehemalige Reichsarzt SS Polizei Krawitz und neben ihm der Chef der Gestapo Müller darüber hinaus die Konzentrationslager Kommandanten Angehörige der Kommandanturen Konzentrationslagerärzte und zu einem ganz großen Teil kriminelle Häftlinge der Konzentrationslager ist es richtig demnach zu sagen dass alle Angehörigen dieser Personenkreise die sie eben genannt haben an den Verbrechen ohne Unterschied beteiligt sind Nein das ist nicht richtig unsere Untersuchungen haben den klaren Nachweis ergeben dass einige Lager vollkommen in Ordnung waren dass nicht alle Kommandanten Verbrecher waren dass viele Kommandantur Angehörige von Verbrechen nichts wussten desgleichen Ärzte dass vor allem die Bewachungsmannschaften der Konzentrationslager mit den Verbrechen nichts zu tun hatten weil ihnen selbst ein Einblick in die internen Vorgänge der Konzentrationslager verwehrt war Sie haben vorhin den Fall des KZ Kommandanten von Buchenwald namens Koch erwähnt von diesem ist hier schon im Gerichtssaal gesprochen worden Die Anklage hat seinerzeit behauptet und sich auf die Vernehmung eines Häftlings Blaha gestützt Koch sei wegen Unterschlagung und auch wegen Mordes an drei missliebigen Personen verurteilt worden Die Anklage hat es so dargestellt als wenn das SS Gericht damals an den vielen anderen Tötungsfällen einfach vorbeigegangen wäre Ist das nach Ihrer Kenntnis richtig? Nein das ist unrichtig Der Ausgangspunkt des Verfahrens gegen Koch war Korruption weshalb er auch zum Tode verurteilt worden ist Der eigentliche Inhalt des Urteils gegen Koch und der Grund seiner Verurteilung zum Tode war das von Koch erfundene und betriebene System des Mordes in vielen Fällen diese Art der Urteils findung musste deshalb gewählt werden weil so viele Verbrechen von Koch vorlagen in längst vergangener Zeit wo die Spuren verwischt waren dass es lange Monate und Jahre gedauert hätte diese Einzelfälle aufzuklären wenn dies überhaupt gelungen wäre man nahm deshalb aus dem aus der Erkenntnis der kürzesten Beweismöglichkeit heraus um dem Koch das Handwerk schnell zu legen diese drei Fälle heraus als typisch verurteilte ihn aber wegen des Systems des Mordes im Konzentrationslager Buchenwald die Darstellung dieses Zeugen über diese Vorgänge wird unterstützt durch die FID Witz SS 65 64 66 nicht 66 67 68 und 69 ich bitte 68 ich bitte 68 zu streichen es war ein Irrtum nicht 68 64 64 65 bis 67 und 69 diese FID Witz sind ausgestellt von den Untersuchungsrichtern der Untersuchungsrichter Dr. Morgan hätte eigentlich hier als Zeuge erscheinen müssen er ist leider erst Anfang Juli als die Kommissionsvernehmungen kurz vor dem Abschluss standen eingetroffen ich habe ihn nicht rechtzeitig vorbereiten können für die Vernehmung ich habe aber ein Effidivit überreicht und das hohe Gericht wird ja beurteilen können ob es eventuell nötig ist diesen noch als Zeugen zu hören da es hier um die wichtigsten Dinge geht wie stellte sich nun Himmler zu diesen Untersuchungen bei Aufdeckung der Verbrechen in Buchenwald Ende des Jahres 1943 wurde Himmler sofort Bericht erstattet Himmler wurde über das Weitergehen des Verfahrens Laufen Bericht erstattet Himmler legte eine sehr große Aktivität an den Tag er selbst befahl die stritte durchführung der Untersuchungen nur mit seinen Vollmachten war es möglich überhaupt die Tode der Konzentrationslager zu überschreiten Mitte des Jahres 1944 kommt plötzlich ein entgegengesetzter Befehl Himmlers er befiehlt als Gerichtsherr mit dem Verfahren Koch haben alle gerichtlichen Untersuchungen in den Konzentrationslagern aufzuhören Koch werde zum Tod verurteilt und öffentlich vor den angetretenen Häftlingen erhängt Pol hätte die Erhängung persönlich zu leiten und an die angetretenen Wachmannschaften entsprechende Worte zu richten die anderen Täter hätten ihre Verbrechen freiwillig zu melden bei bei einer solchen freiwilligen Meldung würde er ihnen eine eventuelle Begnadigung zusichern wer sich nicht rechtzeitig meldet habe nur den Tod durch ein Gerichtsurteil zu erwarten gegen diesen Befehl Himmlers erhob der Chef des Hauptanztes SS-Gericht Widerspruch er erlangte keine endgültige Entscheidung Himmlers Himmler duldete aber in Zukunft die weiteren Verfahren das Hauptamt SS-Gericht brachte den Fall Koch absichtlich zu dieser Zeit noch nicht zum Abschluss um die Möglichkeit zu haben die weitere Ausdehnung der Ermittlungstätigkeit auf andere Lager vornehmen zu können was auch gelang die aufgrund der Anweisung Himmlers schon zurückgezogenen Untersuchungskommissionen des Reichskriminalpolizeiamtes traten wieder in Tätigkeit und es wurde von Herbst 1944 auf breiter Grundlage weiter untersucht Vollmachten die hierzu gegen den dauernden Widerstand von Polen notwendig waren erteilte der persönliche Richter des Reichsführers an diesen konnte auch Polen nicht vorbeigehen die Einzelheiten dieses dramatischen Spiels zwischen Pol Himmler und dem SS-Gericht schildert ebenfalls das Effidevit Dr. Morgen die Effidevits Dr. Morgen 65 67 Sind Ihnen Herr Zeuge im Laufe dieser Untersuchungen Maßnahmen oder Befehle Hitlers oder Himmlers zur biologischen Ausrottung des Judentums bekannt geworden? Nein Wir haben weder solche Befehle jemals gesehen noch ist es uns aufgrund unserer Untersuchungsarbeit gelungen ihrer Habhaft zu werden oder sie anders wie zur Kenntnis zu bekommen Solch ungeheuerliche Befehle waren uns unvorstellbar uns gegenüber hatte Himmler stets nur sein ideales Gesicht gezeigt Sauberkeit Anständigkeit Verbrechensbekämpfung um jeden Preis Mir persönlich hat er Ende des Jahres 1943 in einem Vortrag ausführlich diese Grundsätze bestätigt dass hier ein System der Massenvernichtung vorliegen würde auf diese Idee konnte nach den vorhandenen Umständen und dieser Situation niemand kommen Wir haben in den Konzentrationslagern grauenerregende Zustände vorgefunden wir haben manche Dinge erfahren die uns erschüttert haben aber diese Gedanke war nicht vorhanden Namen wie Höss und Eichmann sind in unseren Verfahren aufgetaucht gegen beide lief auch ein Verfahren das bei Kriegsende noch in den Anfängen steckte Höss und Eichmann waren uns aber Namen wie beispielsweise Müller oder Meier kein Mensch konnte eine Ahnung davon haben dass hinter diesen Personen sich die Handlanger eines furchtbaren Ausrottungssystems verbürgen als wir um die Wende des Jahres 1944-45 annähernd an den eigentlichen Verbrechenskomplex in Konstellationslagen herankamen nämlich dass Verbrechen auf Befehl begangen wurden auch da erschien dieses Verteidigungs vorbringen Pols Müllers und Gravitz zunächst unglaubwürdig denn wenn tatsächlich Befehle von oben vorgelegen hätten die diese drei Personen ausgeführt haben dann wäre es ihnen wohl ein leichtes gewesen zu Himmler zu gehen und die Ausschaltung des Gerichtswesens aus diesen Dingen zu erreichen so kam es dass wir selbst trotz dieser erarbeiteten mühsam erarbeiteten Ergebnisse keine justizmäßig einwandfreien Belege dafür hatten das Massenvernichtung und großen Stiles gar nicht zu denken an die biologische Ausrüstung des Judentums vorgenommen worden sein und wir nach wie vor die Verbrechen allerdings in erschreckender Menge und Vielzahl aber von dem Standpunkt der Einzelverbrechen aus untersuchten Es gibt eine Broschüre eine Schrift herausgegeben von der amerikanischen CIC Zentrale Verfasser ist ein Oberst Quinn Q U I N N Sie heißt SS Dachau Ich kann sie dem Hohen Gericht im Moment leider nicht vorlegen da ich sie wieder abgeben musste sie befindet sich in der Bibliothek und ist allgemein bekannt in ihr ist eine Aussage eines Heftlings anonym gekennzeichnet Ich glaube ich Darf ich versuchen sie nach der Pause zu bringen Herr Präsident In dieser befindet sich der Abdruck einer Aussage eines Well we don't want to know what it contains we don't accept from you what it contains Ich werde diese Frage dann zurück stellen Vor diesem Tribunal Herr Zeuge ist der Beweis erbracht worden dass in den Gastkammern von Auschwitz und anderswo Millionen von Juden gemordet wurden Sie dagegen haben in ihren Untersuchungen festgestellt dass Einzelpersonen und ein kleiner Personenkreis die von ihnen geschilderten Verbrechen begangen haben ist es nach ihren Erkenntnissen möglich dass dieser gleiche verhältnismäßig kleine Personenkreis auch auch für diese Millionen Vernichtungen verantwortlich ist aus den Untersuchungen des Hauptamts SS Gericht vor allem aus dem Schlussstand dieser Untersuchungen kurz vor Kriegsende muss entnommen werden dass Einzelpersonen und ein kleiner Personenkreis auch für diese Dinge ausschließlich in Frage kommen sonst hätten diese ungeheuerlichen Dinge im Gerichtswesen so lange nicht verborgen bleiben können haben sie aus ihrer Unterhaltung mit dem Doktor Morgen weitere Kenntnis erhalten die diese Vermutung unterstützen Doktor Morgen war ein Richter von mir der die ganzen Jahre zum Reichskriminalpolizeiamt abgestellt war um von dort aus die Untersuchungen in den Konzentrationslager durchzuführen Dr. Morgen hat ein umfassendes Wissen er hat wie ich heute weiß mit den Organen der Vernichtung dieser Massenvernichtung selbst gesprochen und hat einen tiefen Einblick in alle diese Dinge er beweist Tatsachen dass der Ursprung der Judenvernichtung nicht in der SS zu suchen ist sondern in der Kanzlei des Führers Ebitz noch aus zu führen Die Anklage behauptet aber dass es sich nicht um Taten einzelner handeln könne sondern dass die konsequente Durchführung des Parteiprogramms in der Judenfrage eben zu diesen Verbrechen von Auschwitz führen musste Was können Sie aus Ihrer Kenntnis aus Ihrer Erfahrung bei der Verbrechungsbekämpfung dazu sagen Ich habe eben schon gesagt dass Himmler der SS immer nur sein ideales Gesicht zeigte und dieses ideale Gesicht war das was der SS Angehörige als Ausfluss des Parteiprogramms sah Der Befehl Hitlers zur biologischen Ausrottung des Judentums wie ich ihn heute kenne ist ein klatter Darf ich ihn fragen Herr Präsident wie er Stellung nimmt zu der Behauptung der Anklage dass diese Dinge nämlich die Vernichtung der Juden in Auschwitz für die Masse der SS unmittelbar fra Ausfluss sind der Grundsätze die die SS gelernt hat hat Wie kann er das us was he saw und was he did Herr Zeuge, war Ihnen etwas über die Tätigkeit der Einsatzgruppen und Einsatzkommandos der SIPO und des SD im Osten bekannt, wie Sie hier zur Sprache gekommen sind? Und davon war mir nichts bekannt. Ich wusste, dass sich die Sicherheitspolizei im Operationsgebiet des Ostraumes befand und dort Sicherungsaufgaben durchführte. Das erschien mir als die Aufgabe der Sicherheitspolizei in diesem Einsatz. Andere Befehle sind dem Gerichtswesen nie bekannt geworden. Wir haben diese Dinge hier zuerst gehört. Bestand für die Angehörigen der Waffen-SS die Möglichkeit auszuscheiden, wenn sie mit gestellten Aufgaben oder gegebenen Befehlen nicht einverstanden waren? Eine solche Möglichkeit war überhaupt nicht vorhanden. Der Dienst in der Waffen-SS war Wehrdienst, gesetzlich anerkannt und gesetzlich geregelt. Auch bei den Angehörigen der Waffen-SS, die freiwillig eingetreten waren, hatte sich diese Freiwilligkeit durch das Wehrdienstverhältnis zu einem unabdingbaren Zwangsverhältnis verwandelt. Ausscheiden aus der Waffen-SS wäre daher nur möglich gewesen über die Fahnenflucht, wobei der Fahnenflüchtiger alle Folgen des Gesetzes auf sich zu nehmen hat. Die Anklage behauptet, dass die verbrecherische Tätigkeit der SS so weitgehend war und sich auf so viele Fälle von Ungesetzlichkeiten bezog, dass ihre Ungesetzlichkeit nicht verborgen bleiben konnte vor den Mitgliedern der SS. Die SS war keine Einheit. Ich habe die verschiedenen Organisationen der SS bereits beschrieben. In die einzelnen Organisationen hatte der SS-Angehörige keinen Einblick. Er sah seine allgemeine SS und seine Waffen-SS, in der solche Verbrecher nicht begangen wurden. Er konnte daher nie des Glaubens sein, dass er einer verbrechlichen Organisation angehören würde. Und er konnte von den hier festgestellten Verbrechen tatsächlich keine Ahnung haben. Eure Lordschaft, ich habe zum Schluss, wenn es mir genehmigt wird, noch eine Frage an den Zeugen, weil er bei der Zusammenstellung von Effidewitz beschäftigt war, mit einem bestimmten Arbeitsstabe. Und wenn das Hohe Gericht Wert darauf legt, festzustellen, wie die Sammlung dieser Effidewitz und die Auswertung zustande gekommen ist, dann kann dieser Zeuge darüber Auskunft geben. Ich frage... Es sind 136.213 Effidewitz ausgewertet worden, die in mehreren Aktenbänden auf Formularen eingetragen sind. Und dazu ist eine Übersicht der verschiedenen Sachgebiete sowie eine zahlenmäßige Zusammenstellung der Effidewitz in den einzelnen Sachgruppen vorgenommen worden. Herr Zeuge, wer hat die Auswertung vorgenommen? Die Auswertung ist unter meiner Leitung vorgenommen worden, von 15 zum Richteramt befähigen SS-Internierten. Ausgewertet wurden ca. 170.000 eingereichte Erklärungen. Davon sind 136.213 eidesstattliche Versicherungen und Zeugenschaftsanträge zu einer Dokumentensammlung zusammengestellt worden. Der Rest sind bloße Bitten um Vernehmung und so weiter. Diese 136.000 Erklärungen sind in der zusammengestellten Dokumentenmappe aufgeteilt in verschiedene Teilgebiete, die die Beantwortung von Fragen der Verteidigung von gegen die SS erhobenen Vorwürfen darstellt. Wo haben Sie diese große Anzahl von Effidewitz herbekommen? Die Effidewitz kamen vornehmlich aus den Lagern der amerikanischen Zone und der englischen Zone, zum geringeren Teil aus der französischen Zone. Überhaupt keine Effidewitz aus der russischen Zone und aus Österreich. Wie sind Sie bei der Durchsicht und Einordnung der Effidewitz vorgegangen? Erläutert. Ja, wir brauchen es nicht mehr im Einzelnen. Danke sehr. Ist die Auswahl und Auswertung... Jetzt nicht. Was ich entstanden habe, war es, dass es 170.000 Statements verwendet wurden. Und von diesen 170.000 Statements wurden 136.000-odd-Effidavits geteilt. Wie wurden sie geteilt? Die Tribunen wollen wissen. Vor whom wurden sie geteilt? Das kann der Zeuge erklären, Herr Neuer-Lotschaft. Diese 170.000 Effidewitz sind von internierten SS-Angehörigen beschworen. Von dieser Gesamtsumme von 170.000 sind 136.213 von meinen Mitarbeitern tatsächlich verwertet worden. Die übrigbleibenden Effidewitz wurden nicht verwertet, weil sie zum Teil unerheblich sind und zum Teil nicht frist- und formgerecht eingereicht waren. Vor wem, Herr Zeuge? Diese 170.000 Effidewitz waren teilweise nicht beschworen. Die 136.000 Effidewitz sind alle beschworen. Wir kannten den Beschluss des Hohen Gerichts, dass eine Beschwörung vor einem deutschen Anwalt nur dann Gültigkeit habe, wenn sie vor dem Mai dieses Jahres stattgefunden habe. Und dass eine Beschwörung nach dem Mai dieses Jahres vor einem alliierten Offizier habe stattfinden müssen. Dies ist teilweise in den Lagern aber nicht geschehen. Es sind auch nach dem Mai 1946 Effidewitz noch vor Anwälten und Juristen beschworen worden. Diese mussten daher nach den Bestimmungen des Hohen Gerichtes als ungültig ausgeschieden werden. Deshalb blieb nur die Zahl von 136.000 Effidewitz übrig. Ist die Auswahl und Auswertung nach dem Gesichtspunkt vorgenommen worden, nur die zum Zwecke der Verteidigung der SS-Günstchen Effidewitz zu werten? Nein, es sind alle Effidewitz in vollem Umfang ausgewertet worden. Wie kommt es, dass zu einzelnen Sachpunkten viele Tausende von Erklärungen vorhanden und ausgewertet sind, während zu anderen Punkten nur einzelne in dem Verzeichnis enthalten sind? Aus der Masse der abgegebenen EWD-Witz ist klar zu erkennen, dass die Masse der SS-Angehörigen der Anklage ohne Verständnis gegenübersteht. Sie können sich nicht vorstellen, um ein Beispiel zu nennen, dass sie in einer Verschwörung tätig gewesen sind. Sie können sich nicht vorstellen, dass sie einen Angriffskrieg vorbereitet haben. Deshalb sagen die SS-Angehörigen nur aus über das, was ihnen aus ihrer Tätigkeit in der SS als typisch erscheint. Der Frontsum-Soldat zum Beispiel über Erlebnisse an der Front, der Mann der allgemeinen SS über die Art seines Dienstbetriebes in den Jahren von 1933 bis 1939. Um ein Beispiel zu bilden, wenn zum Beispiel das Hohe Gericht wird es dann an den Effidemits erkennen können, unter Ziffer Römisch 4 Arabisch 1 Strich 9 nämlich Frage war die Schikane in den Konzentrationslagern verboten. Wenn über diesen Punkt nur zwei Erklärungen vorliegen, bedeutet das dann, dass nur zwei von Hunderttausenden von SS-Angehörigen dieses Verbot bestätigen können? Nein. Und alle anderen, was wichtig wäre, das Gegenteil wissen? Nein, das bedeutet es gerade nicht. Die befragten SS-Angehörigen können über diesen Punkt keine Angaben machen, weil sie davon eben haupt nichts wissen. Sie können es deshalb weder nach der negativen noch nach der positiven Seite bestätigen. Sie gehen deshalb darüber hinweg, ohne Angaben zu machen. Haben Sie nach Ihren Kenntnissen über die verschiedenen Teile der SS und deren Tätigkeiten sowie über die Einstellung der Masse der SS-Männer den Eindruck, dass diese Auswertung der rund 136.000 Effedewits ein durchschnittliches Wissen der Masse der SS-Männer darstellt, obwohl doch die Gesamtstärke der SS erheblich höher ist als 136.000? Es muss hierbei beachtet werden, dass die meisten Männer und Unterführer, die die Masse darstellen, zur Zeit der Abgabe der Evi Davids schon entlassen waren. Weiter muss beachtet werden, dass in vielen Lagern viele technische Schwierigkeiten vorlagen. Auch war in den vielen Lagern die Befragung nach den Beweisthemen nicht einheitlich. Hinzu kommt, dass aus der russischen Zone und aus Österreich Meinungsgrundgebung überhaupt fehlen. Trotz dieser erheblichen Mängel glaube ich aufgrund meiner Kenntnis der typischen Tätigkeit der SS sagen zu können, dass das Gesamtbild dieser Evi Davids als typisch für die SS angesehen werden kann. Euer Lordschaft, ich habe an diesen Zeugen keine Fragen mehr. General, will it go? Hello recording, hello recording, take a break, take a break, take a break recording.